Das eigentlich Erstaunliche bei den gestrigen Ereignissen um die US-Notenbank fällt, ist ja, dass wir zunächst mal ein extrem dovisches Statement der US-Notenbanken haben, wo gesagt wurde, die Zinsschritte dürften jetzt kleiner werden, weil wir erstmal abwarten, wie sich unsere Geldpolitik mit steigenden Zinsen, mit Bilanzreduzierung wirklich auswirkt. Und dann kam plötzlich ein total hawkischer Jerome Powell, der gesagt hat, ja, der Zinsgipfel, die Terminal Rate, die liegt viel höher, als wir vorher dachten und die Märkte, Panik erschöpft, von der Euphorie plötzlich nach unten geknallt und das ist doch schon ein bisschen seltsam. Warum hat man eigentlich nicht dann diese Botschaft, die Powell dann an die Märkte hatte, schon in ein Statement reingeschrieben? Finde ich persönlich etwas seltsam. Das deutet darauf hin, dass Powell hier eine bestimmte Geschichte durchziehen wollte und diese Geschichte kann damit zusammenhängen, dass ja viele Demokraten gefordert haben, US-Demokraten gefordert haben, Mensch, mach mal ein bisschen halblang jetzt mit den Zinsen und das hat ihm vielleicht nicht gepasst. Er wollte zeigen, guckst du, wie unabhängig wir sind als Notenbank auf der einen Seite und zweitens wollte er vielleicht auch schlicht zeigen, ich bin der Chef, das andere sind die Mitglieder, die haben hier so eine dorfische Botschaft, aber ich bin derjenige, der keine Lust hat, dass die Aktienmärkte weiter steigen und nicht zufälligerweise war es ja die Frage eines Journalisten, die dann zu diesen Aussagen von Powell führte und der Journalist hatte gesagt, ja, die Aktienmärkte, die steigen in Reaktion auf das Statement der Fed, aber es gibt dann noch eine eigentliche Botschaft von Jerome Powell und die ist eigentlich viel bedeutsamer, weil sie zeigt, was auf uns zukommt, nämlich, das wollen wir uns jetzt in diesem Video mal anschauen, nämlich zu sagen, ja, wenn wir zu viel machen, wenn wir Overtighten, dann hätten wir die Möglichkeit, die Tools, um die Wirtschaft zu stimulieren, zu unterstützen. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass man die Zinsen wieder auf Null senkt und Anleihen kauft, Quantitative Easing betreibt, also das alte wunderbare Bernanke-Rezept wieder praktisch aktiviert. Das wird früher oder später kommen und das wiederum dürfte dann nochmal zu einem Crack-up-Boom an den Märkten führen, bis eben diese Märkte dann realisieren, ob es das hilft jetzt nicht mehr, selbst diese Stimulanz, selbst diese geldpolitische Harakiri-Aktion von Neuem wird nicht helfen, die Wirtschaft wirklich wieder dann auf die Füße zu kriegen und das ist das eigentliche Problem, jenseits der Tatsache, dass Powell sagt, naja, wir machen halt erstmal etwas kaputt und dann reparieren wir es wieder. Das ist schon ein bisschen schräg hier. Die Frage, wie kann eigentlich die Differenz so groß sein zwischen dem Statement der Fed und den Aussagen von Jerome Powell? Und da sagt Michael Santoli von CNBC, der gut verdrahtet ist, auch in die Fed rein, sagt, ja, das Statement reflektiert eben so, dass die gesamte Fed oder das FOMC, also den Offenmarktausschuss, während eben die Pressekonferenz so mehr Pauls eigene Perspektive darstellt. Die Märkte haben abverkauft, weil ein einziger Mensch seine Perspektive offenkundig hier gezeigt hat und kommuniziert hat. Und faktisch sagt uns Paul, ja, wenn irgendwie etwas zerbricht, weil wir die Zinsen anheben und es wird wohl etwas zerbrechen, dann werden wir halt wieder praktisch Panikinterventionen machen. Faktisch sind das dann Panikinterventionen, wenn eben etwas kaputt geht. Und schauen wir uns ja mal die Geschichte der Formulierungen an von Jerome Powell. Da sprach man lange von einem Soft Landing, das möglich sei. Dann hieß es Soft Tisch Landing. Also praktisch eine weichartige Landung, könnte man sagen. Dann Not so Soft Landing und jetzt But We Have Tools, um dann wieder umzusteuern. Also das zeigt so ein bisschen, wie stark sich die Aussichten für die Wirtschaft verschlechtern. Indirekt sieht man das aus diesen Begrifflichkeiten von Jerome Powell. Und wann wissen wir, dass etwas kaputt geht? Wenn sich hier diese bullische Formation im Dollar wirklich manifestieren sollte, wie Sven Henrik hier schreibt. Wenn das hier nach oben ausbricht, dann ist der Zappenduster. Dollarstärke ist das, was die Welt nicht vertragen kann, was die Welt nicht vertragen wird, was irgendetwas kaputt machen wird. Dementsprechend ist der Dollar wichtig. Ich bin mal gespannt, auch wenn wir jetzt nochmal dieses Verhältnis Powell zu den anderen Fettmitgliedern sehen, ob die sich ein bisschen dovischer äußern. Denn das scheint ja sehr stark subjektiv von Powell gesagt worden zu sein, seine Meinung zu sein. Bin gespannt, wie gesagt, ob jetzt nach Ende der Blackout Period, wo also Fettmitglieder sich wieder äußern dürfen, ob das dann zur Sprache kommt von anderen. Schauen wir uns mal den Dollarindex noch an. Da sehen wir, wir sind nach einem bereits steilen Anstieg dann über diese Marke von 104 ausgebrochen. Sind dann knapp über 114 gelaufen. Dann Korrektur auf 110, knapp unter 110. Jetzt wieder auf 112. Das ist schon ein Fahnenstangen-Chart, zumal die Amerikaner ja auch ihre Problemchen gerade mit der Verschuldung haben. Und das, was Powell vorhat, die Finanzierbarkeit in den USA in so vielen Bereichen infrage stellt. Und interessant auch, dass Powell jetzt der erste Fettchef seit den 1980ern ist, der in einen Bärenmarkt hinein weiter die Zinsen anhebt. Schauen wir uns mal die vergangenen Bärenmärkte an 87 Greenspan. Damals dieser Crash im Oktober hatte die Zinsen gesenkt. Umgesenkt, nochmal Greenspan, 90, 98, dann Dotcom-Blase, dann Bernanke eben in der Finanzkrise. Und dann eben auch Powell, vor allem 2018, 2019, diese Wende, die er da gemacht hat. Jetzt will er diese Wende nicht mehr machen, sondern sich an Paul Volker orientieren. Der Notenbankchef, der massiv die Zinsen angehoben hat, weil er mit einer starken Inflation damals in den 70er, Anfang 80er Jahren konfrontiert war. Ja, Volker hat ja dieses Buch, das gar nicht so lange her erschienen ist, auch wenn der gute Mann kürzlich ja verstorben ist, geschrieben, Keeping at it, also dranbleiben. Und diese Formulierung hat Powell auch gestern gebraucht. Also er will so ein bisschen den Volker machen. Mal sehen, wie lange das gut gehen kann, wie lange das spielen kann. Jedenfalls sehen wir, dass die kürzer laufenden Renditen, etwa die zweijährige US-Staatsanleihe, heute auf 4,75% gestiegen ist. Das ist der höchste Wert seit 2007. Die Aktienmärkte entsprechend heute Vormittag oder bis heute Nachmittag unter Druck. Und dann sich ein bisschen erholen. Warum, werden wir gleich sehen. Aber jedenfalls auch interessant ist, dass die länger laufenden Renditen, also etwa die 10-jährige Rendite, die 30-jährige Rendite nicht wirklich so stark gestiegen sind. Dadurch sehen wir, dass die Zinskurve sich immer weiter invertiert. Die zweijährige US-Staatsanleihe reagiert viel stärker auf die Aussagen der FED als eben länger laufende Staatsanleihen. Und diese Inversion ist jetzt so stark wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. Dementsprechend ist eine Rezession praktisch gebongt. Also das ist ein klares Signal, was wir hier von den Märkten bekommen. Und jetzt noch eine andere interessante Geschichte. Paul also erzählt uns, ja, ich mache erst mal was kaputt und dann repariere ich es wieder. Und vor allem die Botschaft von Paul zu sagen, naja, der Zinsgipfel, der liegt höher. Also da, wo das Hochniveau praktisch der Gipfel dann erreicht sein wird bei den Zinsen. Heute Entscheidung der Bank of England, die das erste Mal seit 33 Jahren auch die Zinsen um 75 Basispunkte anhebt. Aber der Notenbankchef Bailey sagt, naja, die Märkte übertreiben vielleicht mit ihrer Zinserwartung. Die liegt niedriger. Das heißt, hier sehen wir das Gegenteil von dem, was Paul gemacht hat. Der senkt die Zinserwartung, sagt er, also ein bestimmtes Niveau hinaus werden wir nicht anheben. Da übertreiben die Märkte in ihrer Erwartung. Also das ist die dorfischste Zinsanhebung, die wahrscheinlich in dieser Geschichte jemals passiert ist. Nicht umsonst deswegen auch das Pfund im freien Fall. Der eine sagt also, ich senke das Zinsziel. Der andere sagt, ich hebe das Zinsziel an. Und wenn wir uns jetzt mal die ganzen Notenbanken anschauen auf der Welt, etwa die australische, also Notenbanken, die eher so früh im Zyklus sind, das ist etwa die australische, dann sehen wir, dass da schon so ein bisschen zurückgerudert wird. Also es wird langsam dorfischer, weil die Leute natürlich sehen bei den Notenbanken, die Wirtschaft, die schwächt sich ja massiv ab. Nur Paul will noch ein bisschen auf dem Dach spazieren, kann man machen, wird aber irgendwann vielleicht zu einem Aufprall führen. Und so ist es immer eigentlich, wenn die Geldpolitik schnell gestraft wird durch schnelle Zinsanhebungen. Wir haben ja jetzt die schnellsten Zinsanhebungen in einer definierten Periode der US-Geschichte. Wir hatten da mal in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, vier Jahre hintereinander, wo die Zinsen gestiegen sind. Jetzt sind die Zinsen extrem schnell gestiegen. Und schauen Sie da mal, immer wenn die Zinsen steigen, dann kommen auch sehr schnell wieder Perioden, vor allem in dieser überschuldeten Situation, in der wir alle ja sind, vor allem die Amerikaner, dass dann eben die Zinsen gesenkt werden. Es ist eine Frage der Zeit, zumal die Inflation zurückgehen wird. Hier sehen wir Geldmenge M2, Inflation ist immer auch ein monetäres Phänomen, nicht ausschließlich ein monetäres Phänomen, aber immer ist die monetäre Situation die Voraussetzung für eine Inflation. Und schauen Sie mal, wie hier die Geldmenge M2 nach unten geht. Und das wird bedeuten, dass auch die Inflation nach unten gehen wird. Schön und Paul kämpft da wie Don Quixote praktisch gegen Windmühlen. Das Ding ist eigentlich schon abgefrühstückt in Sachen Inflation. Und Paul wollte eben, das hatte ich schon anfangs thematisiert, die Euphorie der Märkte bremsen. Schauen Sie sich mal hier an. Deutliche Stimmungsverbesserung bei den Privatinvestoren. Da sind jetzt nur noch 32,9% bärisch gewesen. Das ist der niedrigste Wert seit März. Auch die Vermögensverwalter NAAIM sind wieder deutlich optimistischer geworden, deutlich mehr investiert. Und Paul wollte eben jetzt nicht, dass diese Finanzkonditionen durch steigende Aktien sich wieder lockern. Und auf der anderen Seite haben jetzt in Reaktion auf das, was gestern passiert ist, viele wieder massive Puts schreiben müssen. Mussten also Absicherungen reinfahren oder sind gleich short gegangen. Ein Put-Call-Ratio ist jetzt über 1. Das passiert nicht sehr oft. Das ist das höchste seit März 2020. Was war im März 2020? Corona-Crash. Also da sehen wir, wenn da mal jetzt zum Beispiel morgen Arbeitsmarktdaten kommen, die schlechter ausfallen, dann kann es sein, dass hier Eindeckungen von Putz erstmal passieren. Oder nächste Woche die Inflationsdaten. Oder wenn dann nächste Woche die Midterm Elections sind, dass dann eben, und die Republikaner beide Kammern gewinnen, dann auch vielleicht so eine Gegen-Rallye kommt. Aber die richtige Rallye wird erst kommen, wenn Paul in Panik gerät, wenn eben dieser Panik-Move kommt, den ich vorhin angedeutet habe. Was sagt Mike Wilson, der immer bisher gut lag und auch jetzt sagt, okay, wir bleiben taktisch bullish, solange die Zone 3.650 bis 3.700 beim S&P 500 halten sollte. Und die Non-Farm-Payrolls morgen, also die Arbeitsmarktdaten, würden wichtiger als nächste Woche die Inflationsdaten. Eine erstaunliche Aussage. Und wo sind wir heute gedreht? Genau bei 3.700 Punkten in der Zone. Da kamen dann Daten, die schlechter ausfielen als erwartet. Gleich mehr dazu. Aber etwa andere Analysehäuser sagen, guckst du den Hausbereich an, guckst du dir Mieten an, guckst du dir Autopreise an, guckst du dir Geschäftstätigkeiten, etwa im Werbesektor an. Alle fahren zurück, alle entlassen Leute, alle drehen jeden Pfennig um, um ihre Kosten in den Griff zu bekommen und das weltweit. Das sehen wir jetzt. Lift etwa heute dieser Fahrdienstleister mit Entlassungen. Chime, Morgan Stanley, Opendoor, Qualcomm, wie sie alle heißen, Wells Fargo, die wollen alle Leute entlassen. Und zwar in relativ großem Stil. Nur in den letzten 48 Stunden hier diese Entlassungsmeldungen. Die Märkte heute gedreht bei 3.700 Punkten im S&P, weil eben der ASM ein Einkaufsmanagerindex schlechter gewesen wird. Und da sagt zum Beispiel ein Befragter hier von diesen Einkäufern, sagt, also wir bereiten uns alle auf eine Rezession vor. Dementsprechend werden eben die Kunden total vorsichtig ziehen zurück. Hier werden Aufträge storniert, massenhaft. Also der Abschwung, der ist schon völlig klar. Und Abschwung heißt nachlassende Nachfrage, heißt dann auch nachlassender Inflationsdruck. Inflationsdruck und hier sehen wir mal die Continuing Claims, also die fortgesetzten Erstanträge oder fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe sind jetzt so hoch wie seit März nicht mehr frische Daten von heute. Wells Fargo wurde schon kurz erwähnt. Die haben nämlich 90 Prozent weniger Hypothekenkredite im Vergleich zum Vorjahr. Deswegen wollen sie Leute entlassen. Wir sehen, wie stark dieser Immobiliensektor darunter kommt. Und viele Immobilienmakler stehen wahrscheinlich vor einer sehr unschönen Zukunft und haben deswegen schlechte Laune. Auch viele Banker wird es da richtig treffen. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten zurückkehren, dann sehen wir, dass Aktien wie Amazon ja weiter abverkauft werden. Aber so perspektivisch wird das wieder interessanter. Denn, gucken Sie sich mal im Nasdaq 100 an, die Median Price to Sales Ratio, also praktisch mediane Marktkapitalisierung der jeweiligen Unternehmen in Relation zu seinen Umsätzen. Da sind wir jetzt bei 4,2, also 4,2-fache Ratio. Und wir waren im Hoche bei 8,5. Nämlich beim Nasdaq 100, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann war das. Das ist noch nicht so wirklich lange her. Ich glaube, Januar diesen Jahres, als eben neues Allzeithoch nochmal erreicht wurde an den Märkten. Aber das heißt, die sind jetzt deutlich günstiger geworden von der Bewertungsperspektive, attraktiver geworden. Aber wie es eben so ist bei Märkten, die übertreiben auf die Oberseite, dann übertreiben sie in Reaktion auf die Unterseite und dann pendeln sie sich wieder irgendwann in die mittlere Ebene. Reversion to the mean, Annäherung an den Mittelwert ist hier das Stichwort. Mittelwert ist vielleicht besser übersetzt bei Frau Lagarde mit Mittelmaß. Hier sehen wir, dass Lagarde gesagt hat, ja, also eine Rezession könnte schon kommen, aber die dürfte relativ mild sein. Dann nochmal eine Auffassung und das wird uns nicht abhalten, die Zinsen weiter anzuheben. Und das hat sie jetzt nochmal klar gemacht. Also wir werden die Zinsen trotz einer wahrscheinlich eintretenden Rezession werden wir sie anheben. Aber die wird mild und ganz entspannt werden. Zweitens, wenn Henrik sagt hier, wir haben zu viel Geld gedruckt, wir haben die Inflation ignoriert, werden jetzt durch unsere Geldpolitik dafür sorgen, dass Millionen von Leuten arbeitslos werden, weil sie für unsere Fehler bezahlen. Aber wir tun das alle für euch. Ihr könnt uns wählen. Oh, warte mal, ihr könnt uns ja gar nicht wählen. Das bringt vielleicht so diese ganze Situation ganz gut auf den Punkt. Centeno, der portugiesische Notenbankchef hat gesagt, wir sind schon deutlich näher an der neutralen Rate. Also der will schon langsam Schluss machen mit den Zinsanhebungen. Und in Sachen Energiepolitik nochmal wichtig, hier warnt jetzt die Internationale Energieagentur davor, dass wir so ein bisschen jetzt uns einlullen lassen. Die Gaslager sind voll, Temperaturen sind mild, Gaspreis steigt nicht mehr wirklich alles schick oder? Nein, das könnte wirklich knapp werden im Sommer, denn dann dürfte die Nachfrage aus China wieder deutlich anziehen und die russischen Lieferungen noch weiter nach unten gehen, wenn da kein Wunder passiert. Also das ist eben diese Fokussierung jetzt auf diesen Winter, die in der Politik allgemein erkennbar ist, während es für die Unternehmen um die nächsten zwei, drei Jahre geht, die sie planen müssen. Wir werden wahrscheinlich das größere Problem im nächsten Winter haben, außer es geschieht ein Wunder. Ist gestern auch ein Wunder geschehen mit der FED? Ist es wirklich die politisch unabhängigste Notenbank der Welt, weil Paul hier den Forderungen der Demokraten, der US-Demokraten nicht nachgekommen ist? Sehr interessanter Artikel, wäre ich gespannt, was Sie dazu sagen, ob Sie das ähnlich sehen. Die politisch unabhängigste Notenbank der Welt. Ein Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller. Dann gigantische Käufe von Gold, mysteriöse Wale, verwirren den Markt, man weiß nicht genau, wer diese großen Käufer sind. Bisher weiß man es nicht, allerdings in diesem Quartal oder im letzten Quartal wurde massiv Gold gekauft von sehr, sehr großen Playern. Interessante Beobachtung, zumal der Goldpreis ja in Reaktion auf die FED weiterfällt. Zweite Empfehlung, die ich Ihnen gegen möchte und dritte Empfehlung oder dritte Ankündigung vielleicht schon mal. Es wird nächsten Mittwoch ein Webinar geben, ein Live-Webinar, an dem Sie natürlich sehr gerne teilnehmen können. Krise und Chancen heißt, dass Sie fragen, ich antworte. Da können Sie mir zum Beispiel Fragen mal zukommen lassen an fugmann.finanzmarktwelt.de. Das Ganze nächsten Mittwoch, 9.11., erste Folge um 18 Uhr und dann eine Woche später, 16.11., nochmal, oder der zweite Teil, denn es wird da viel zu besprechen geben. Wie gesagt, Sie können da gerne Ihre Fragen stellen, zum Beispiel, wie schafft es der Fugmann, jeden Tag mit einer perfekten Frisur hier vor die Kamera zu treten. Das wäre mal eine interessante Frage, die würde ich dann beantworten. Gar keine Frage. Also, wenn Sie sich das schon mal merken wollen, würde mich sehr freuen. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie da behandelt wollen, haben in diesem Webinar, dann bitte schreiben Sie mir eine E-Mail, würde mich sehr freuen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao und empfehle die zwei Artikel nochmal nachhaltig. Bis dann, Ciao.